Ich habe mich hier entschieden für die Ausbildung, weil ich gemerkt habe, hier hat man eine gute Chance, was zu erreichen, was man sonst außerhalb nicht so erreichen kann. Die Ausbilder sind sehr nett, sehr anständig, die erklären auch sehr gut, wie man das alles macht. COD allgemein ist einfach eine Berufschance, wo man sich mit allem entwickeln kann. Hier gibt es sehr viele Aktivitäten, sehr viele Möglichkeiten auch privat sich auch mal zu entspannen. Man lernt sehr viele Leute kennen, sehr viele neue Gesichter. Man fühlt sich so sehr geborgen, halt mit den Leuten zusammen. Ich mache die Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration. Die geht drei Jahre lang und ich bin im ersten Lehrjahr jetzt. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich für diese Ausbildung hier entschieden habe, weil die mir von Anfang bis jetzt so viel Spaß macht. Am meisten hilft mir hier, dass man nicht so unter Druck gesetzt ist. Es ist halt hier angepasst, auch wenn man jetzt mal ein bisschen langsamer ist. Man wird halt sehr gut betreut und unterstützt. Jederzeit hat man hier die Möglichkeit zum Psychologen ins Gespräch zu gehen und man findet überall immer Hilfe, wenn man irgendwo Hilfe braucht. Es gibt hier sehr viele Freizeitangebote. Beim Yoga bin ich einerseits zufrieden danach und gut gelaunt. Es entspannt mich und es fühlt sich auch einfach vom Körper her gut an. Ich mache die Ausbildung zum Fachpraktiker für die Holzverarbeitung. Am Anfang hatte ich Angst, wenn ich ehrlich bin, an die Kreishegel zu gehen, aber mittlerweile gehe ich da ganz locker dran. Die Ausbilder haben alle ziemlich viel Geduld, muss man schon erwähnen. Sie fragen halt nach, ob wir zurechtkommen mit unserer Arbeit, vom Tempo her, wenn es jetzt mal stressige Tage gibt. Dann geht man ins Gemeinschaftszentrum zum Beispiel oder ins Aquitalsport treiben. Dann schalte ich einfach den Kopf aus und konzentriere mich dann einfach auf den Sport. Das Gute beim CAD ist, man wird so akzeptiert und aufgenommen, so wie man ist. Ich parte bis zum Beispiel, wenn es in unseren Beispiel angeht. Nein, ich mache das. Vielen Dank.